So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Stardew Valley im Multiplayer mit TheVardrack. Hi. Hi. Und ich habe heute hochkarätige Unterstützung von Sassi. Hallo. Und Anna. Anna kann ich so doll sprechen, weil sie hat irgendwie nicht so viele Stimme heute. Das wird sehr gruselig, glaube ich, wenn sie dann versucht, hier ins Mikro zu sprechen. Aber wir starten einfach das Spiel. So, wo sind wir stehen geblieben? Das haben wir schon gemacht. Ich muss Sachen sortieren, weil ich das letzte Woche nicht gemacht habe. Die Folge, die ihr jetzt gerade seht, die wird gerade heute auch aufgenommen worden sein. Zeitformen sind etwas Tolles. Es ist 11.39 Uhr. Und wir spielen Stardew Valley. Ja, das ist super geil. Oh, ich kann heute Sachen ernten. Das ist sehr gut. Damit könnte ich wieder einen Schritt näher an meinem letzten Skill sein. Wir sind noch im ersten Jahr. Moment. So, das habt ihr nicht gehört. Wir haben schon Tiere. Ja. Du hättest ja mitspielen können, aber du wolltest ja nicht. Wir haben eine Kuh und ein Huhn. Sagte sie, saß daneben und schaute zu. Okay, jetzt ist die Steuerung wieder komplett anders. Ah. Die Steuerung ist anders? Wieso denn? Na, weil, obwohl ich den Switch Pro Controller nutze, ist die Steuerung am PC anders als auf das ist, dass die Steuerung am PC anders als auf die Steuerung am PC anders als auf die Steuerung anbauen? Ja. Den haben wir in der letzten Woche abgebaut. Du brauchst die Goldspitzhacke dazu. Mit der Goldspitzhacke, genau. Ja. Also gestern oder vorgestern haben wir den abgebaut. Uns erreicht eine Zuschauerfrage von Chris. Wann könnt ihr den Meteoriten abbauen? Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Kam das gerade rein. Ungefähr so, wenn nicht genauso. Ich freue mich so auf nächstes Jahr, wenn wir einfach mehr Sprinkler haben. Ja. Oder einfach bessere Dingsis haben. Bessere. Warum könnt ihr nicht mehr Sprinkler bauen? Weil die teuer sind. Außer für ein großes Feld wie Kürbisse lohnt sich eigentlich nur Iridium Sprinkler. Weil du willst so viel wie möglich im 3x3 Feld verbunden bauen, weil ein 3x3 Feld zu einem großen Kürbis werden kann. Und der muss mit der Axt gehackt werden. Und dann kriegt man ungefähr doppelt so viel raus. Also 18, 16 bis 18 meistens. Und das ist natürlich Money, Money, Money. Oh, wer ist Money? In a Richard's Word. Wer ist Richard? Ja, ich werde demnächst mal meine Kani, Kani, Kani verbessern. Aber dazu brauche ich erstmal Money, Money, Money. Wir haben 2017. Geld. Haben wir nicht 2018 schon? Nein, haben wir nicht. What year is it? Dafür musst du doch was verkaufen. Was verkaufen wir? Weiß ich nicht. Irgendwas, das Geld bringt. Ein Stein oder sowas. Nein? Können doch Stein nicht verkaufen. Nicht unter 5-stellig. Das sagen die Politiker auch immer. Ach ja, der Frank, der weiter. Ich bin übrigens halfway, nee, eher so ein Viertel. Ähm, zu Level 10 für Farming. Das hört sich doch gut an. Dann kannst du auf jeden Fall den guten Dünger bauen als nächstes. Na, vor allen Dingen könnte es passieren, dass ich dieses Jahr dann noch die letzte Stufe erreiche und du dann ab nächstem Jahr die ganze Arbeit, die Feldarbeit machen darfst. Hm, nein, ich ernte nur. Ähm. Ich sag doch, Thomas, die ganze Feldarbeit. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hab halt die Folgen letzte Woche nachgeguckt, mal alle. So, seit, dass ich mit dabei war. Wir sind total dumm. Ja, das ist gut, aber dazu brauchst du die Folgen nicht gucken. Wir hatten einmal beim Händler eine Pomegranate. Granatapfel. Und anstatt den beim Gewächshausbundler abzugeben, haben wir den beim, ähm, anderen Bundler abzugeben. Ein Sternunterbundler, das war ich glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, weil ich nicht dran gedacht hab, dass wir die da abgeben könnten, das stimmt. Richtig, dann hätten wir das Gewächshaus schon längst haben können. Brauchen wir nur noch das eine? Nee. Naja, wir brauchen auch noch das Ziegenzeug, ähm. Wir brauchen noch 3 Tier, wir brauchen noch 3 Tiersachen. Ja, aber ich hatte eine Kuh. Und beim Handwerker-Bundle brauchen wir noch 5 Sachen. Also die eine Pomegranate hätte uns nichts gebracht. Wir haben einmal Käse, okay. Ja, aber wir hätten das Handwerker-Bundle dann fertig machen können. Wir können einmal, wir können zweimal Käse machen. Ähm, und Stoff rankriegen, äh, Stoff und äh, Honig und Marmelade ranzukriegen. Ist auch nicht das Problem davon. Hast du Käse schon vorne reingelegt? Ähm, wenn ich einen habe, dann ja. Ansonsten einen Kuhkäse gibt es jetzt gerade noch an der Farm. Ja, Käse liegt schon da. Eine große Ziegenmilch, ja okay, die brauchen wir natürlich, die Ziegenmilch. Ja gut, da müssen wir aber dann, ähm, die Zücker finden beim Händler ist ziemlich, ähm. Ja, wir haben eine große Ziegenmilch. Achso. Ja, wir brauchen auch eine große Kuhmilch, oder? Ähm, ja. Ne, aber ich hätte sonst aus der Ziegenmilch, hätten wir sonst Käse machen können. Da war das eben mal lieber so. Ich bring das mal schon mal rüber. Haben wir Käse nicht schon irgendwo liegen? Wir haben normalen Käse, aber keinen Ziegenkäse. Ah, okay. Ja, wie gesagt, aber wir brauchen trotzdem noch eine Sache halt noch zusätzlich. Und das wäre halt ganz gut, wenn wir da irgendwie eine Baumfrucht haben oder sowas. Und deswegen werde ich morgen auch gleich wieder beim Händler gucken gehen. Ich werde hier sogar schon gefüttert, das ist ja awesome. Wie der Staub sogar auch in den Hähnen, hab ich gesagt. Ich hab gerade im Kopf, ich weiß noch nicht sagen. Ne, 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 ne. Rosa Pudding? War der rosa? Ja. Ich hab keine Ahnung. Den könnt ihr noch herstellen. Das ist schon sehr lange her, dass ich mal die Tele-Tiles geguckt habe. Warum gebe ich das eigentlich zu? Wir brauchen jetzt zwei Sachen im Handwerker-Bundle. Ziegenkäse könnte man zum Beispiel. Trüffelöl ist schwierig. Wir werden sowieso eine Ziege holen. Weil wir noch Ziegenkäse brauchen. Ja, dann Ziegenkäse und eine Baumfrucht. Und eine Baumfrucht, genau. Und das Trüffelöl können wir wahrscheinlich nicht so schnell rein müssen. Und dann noch beim Tier-Bundle. lehnen wir das da rein da brauchen wir noch eine große Kuhmilch und ein Hühner ein Entenei oder eine Wolle nicht das Gießen und wofür kriegen wir das? fürs Chefswandel Sassi hat geschrieben Hi Sassi warum schreibst du? ja ich würde Anna gerne vorlesen lassen aber Anna weigert sich ja na danke Anna Sven, ich finde, du sollst es mal erzählen was macht ihr? was macht ihr? was macht ihr? hier haben wir gruselige Stimmen was von den Sachen wollen wir bei uns so gleich machen? na, ich möchte gerne eine große Farm haben und ein Community Center wieder aufbauen ich wollte sowas wie Käse bestellen ach so äh ich hätte später gerne einen Bienenstock wenn wir einen Garten haben einfach um Bienen zu halten und mehr Bienen heißt mehr Bestäubung heißt mehr Pflanzen heißt mehr Gut dann bauen wir unsere eigene Bienenarmee auf die die Wespen töten ja die was? die Wespen töten du weißt, dass es Hornissen sind die Wespen töten nicht Bienen ja, aber Hornissen töten uns nein wir züchten die Bienen Hornissen sind total ungefährlich wenn du sie nicht äh angreifst Hornissen sind super freundlich ja die freundlichen Hornissen aus der Nachbarschaft einen herein ich bekomme Besuch ich bekomme noch mehr Besuch ich streame Besuch noch mehr Leute ich streame und ich nehme auf und ich leg mich jetzt schlafen warum? weil ich nichts zu tun habe jetzt hat es zeitiger schlafen Bartrak, erzähl du doch mal was von den ganzen Sachen die Art Designsachen möchtest du in deinem Leben mal echt machen? das war es eigentlich schon es ist so ruhig so Gesellschaft, Gesellschaft ich bin ein bester Damengesellschaft hier das ist großartig ich fühle mich richtig wohl es war gut wenn man drei hübsche Frauen im Zimmer hat die man nicht sieht weil man den Bildschirm anschlägt das stimmt es wird Zeit, dass du deine Kamera kriegst und deine Kamera anbaust ich habe eine Kamera das stimmt ich könnte die Kamera anmachen da können alle die hübschen Frauen beobachten und ich sehe sie auch auf dem kleinen Inlay-Bildschirm oh ja ich hole gleich mein anderes T-Shirt oh 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 ich habe einen Brief gekriegt guck nicht so, Hanna ich würde gerne einen Kürbis abkaufen meine Tochter und ich wollen für die kommenden Geisternach gerne eine Kürbis-Laterne schnitzeln ok und noch einen Brief danke für den Auftrag zur Stahlerweiterung zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt dir noch einen Brutkasten einzubauen lege einfach ein Ei hinein um ihn zu benutzen wenn du Platz in deinem Stall freierst wird das Ei in einigen Tagen schlüpfen immer wie immer danke für das Geschäft Rubbel ok ich meine Wurst sollte man im Bad eine Schussbücher haben ich hoffe, dass sie Spaß damit haben was zur Hölle Mensch, das ist ein Spiel, ja das muss nicht logisch sein es reicht, wenn es niedlich ist und außerdem ich finde, dass sie uns einen Brutkasten geschenkt hat nicht so schlimm wie, dass wenn ich zur Pierre gehe und er die Tapete mit dem Sternenmuster hat und ich diese in den Brutkasten packe das sagt, dass der Dinosaurier schlüpft mach das mal bitte er muss die halt im Angebot haben er hat jeden Tag eine andere im Angebot also eine oder andere Tapete Pierre, der zuhört, hat jeden Tag eine andere im Angebot Nein, nein der läuft nur rum und verliert alle sieben Tage oder so mein Dinosaurier Ei das kann ich verkaufen und er frisst Heu was frisst der? Heu Heu? Ja Ja, ja, das ist ein Stegosaurus der ist ein Pflanzenfresser er wächst nie aus er wird nicht irgendwie so 380 groß oder so das wäre lustig ich würde gerne auf Dinosaurier reiten können ich weiß nicht vielleicht ist auch nur ein kleiner ausgewachsener Dinosaurier weißt du, so wie das Hundefieh von deiner Mama das ist ja auch irgendwie ausgewachsen aber immer noch klein wo ist denn die Zuschauer weniger? hmmm wohl zu ihm, Lisa was? was? ne? ja, ich meine sie auch keine Baum... keine Baumfrucht heute keine Baumfrucht heute? das ist aber... nein das muss ich nicht gießen das ist jetzt viel besser Toxys braucht Geld was denn so... du... nein Toxys braucht 8000 Geld insgesamt auf dem Konto 8000 Geld? ja kriegst du das hin? wie kommt es auf 8000 Geld? ich möchte eine Ziege und eine Ente kaufen ok was kostet die Ente? jeweils 4000 beide wenn wir irgendwo ein Entenei her bekämen für weniger als 4000 für günstig könnten was ausbrücken ja, haben wir aber nicht stimmt deswegen ernte ich jetzt Süßkartoffeln macht das ist voll gut drauf oh, total oh, weil wir dieses Süßkartoffelding nächste Woche machen dieses coole Rezept ja jetzt gut oh du bist schon wieder weg stimmt WordCup Leute Quidditch WordCup nächste Woche wenn euch Quidditch nichts sagt geht weg äh nein nein Quidditch WordCup nächste Woche ja Freundlichkeit Vorkommenheit und alle Leute wegschicken die Quidditch können Ehrlichkeit und Ehrlichkeit genau das ist quasi Fox Stream jedes Mal das nennt man äh Authentizität oder Elektrizität ich weiß es nicht so genau so Karoline wollte so beschnitten ne Hallo Bananenkönig oh yeah kann man den Kontrollern äh Bananenkönig C well das ist ein bisschen awkward wo sind Bananenkönig A und B Kürbis Hallo Caroline du wolltest doch einen Kürbis haben damit du eine Kürbislaterne schnitzen kannst gib mir ganz viel Geld dafür Kürbis schnitzen 500 G so viel kriegen wir sonst nicht für den Kürbis schnitzt ihr gerne Kürbisse schnitzt ihr gerne Kürbisse das kann ja keiner dran denken dass du mit mir reden würdest würde ich nicht machen äh ja ich habe es einmal gemacht erst tatsächlich in meinem Leben ich fand es lustig so lustig Kürbis halt kann man danach noch ich hatte einfach keinen Kürbis mehr ich habe den damals von meiner Oma bekommen einmal 60 aus ihrem eigenen Garten äh ich glaube die hat sie aus dem eigenen Garten damals gehabt aber der war riesig ich wusste und war trakt wie sieht es aus Kürbisschnitzen Schnürbiskitzen ja ne wenn ich was sagen werde ich sowieso überredet also passt doch schon wollen wir uns zum großen Kürbisschnitzen treffen und dabei Kürbisbier machen und Kürbissuppe und Kürbispancakes und Kürbissuppe und Kürbissuppe Kürbisschnitzen findest du brutal? du findest Kürbisschnitzen brutal Chris? oder was findest du brutal? ich weiß nicht was er brutal findet ich weiß nicht was er brutal findet ja genau in 12 Tagen das reicht doch nicht mehr es geht nicht ich werde ja auch gezwungen hier zu sein aber das darf ich nicht sagen du kannst nicht einfach hingehen zu Leuten und fragen warum sie arm sind geht schon ach es ist gar nicht so schlimm gezwungen zu werden Kürbisse zu schnitzen wenn man zu irgendwas gezwungen wird weiß man dass jemand da ist der ihn liebt und ihn deswegen zwingt oder einfach ein Sadist ist das kann auch sein manchmal auch nur ein Psychopath also ich weiß nicht manchmal ist es vielleicht nicht so gut gezwungen zu werden was rede ich eigentlich schon wieder? ich weiß es nicht ach ja Käse und Mayonnaise haben wir noch irgendwo Feelsnacks? ein paar? was haben wir? ein paar Feelsnacks also diese nö aber du kannst welche basteln oder nimmst dir einfach was aus der Obst und Gemüsekiste ich fälle Bäume oh yeah fällst du jetzt meine Bäume? oh yeah einfach gerade gesagt die pflanzen sich von alleine nach ja aber ich wollte sie gerade fällen um meine Sammelstufe zu erfüllen meinst du meinst du die Beziehung zwischen Mafia und mir das ist definitiv ich habe ihn gerne also ich bin vielleicht auch ein Psychopath kein Sadist aber aber ich zwinge Mafia zu gar nichts außer dass ich streamen muss mit mir 49 Teelsnacks das würde reichen oder? ein bisschen ja ja hast du schon beantwortet die Frage? aber wenn du willst den Kuhkäse noch? pah oder nicht was? brauchst du den Kuhkäse jetzt noch? ich brauch den Käse nicht mehr hab ich schon weggebracht ich brauch weder Käse noch Mayonnaise ich brauch weder Käse noch Mayonnaise dann pack auf die beiden jetzt so Anna hätte gerne Käse aber keine Mayonnaise oder? willst du auch mal eine Lese? oder? Anna hat ein dickes Kind eigentlich ist das Anna's Job immer alles zu besingen aber weil sie gerade ein bisschen gesanzeingeschränkt ist und sprache eingeschränkt habe ich gedacht wir klauen unsere Jobs dann mach ich das einfach ich dachte gerade man kann nicht so schnell hacken aber du hast immer in der Pause wo ich gerade nicht gehackt habe hast du zugeschlagen ja das war einfach klar so das klang mir sehr gut dum 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 ja Anna wird dann später wenn ich ein großer und berühmter Streamer bin wird sie mir das alles komponieren und dann immer zum richtigen Moment abspielen und alles ja ja aber erstmal musst du dafür sorgen wenn ich ein großer und berühmter Streamer wäre ja da brauchst du nicht mehr zwei Accounts und dritte Accounts und zwölf Accounts und zwölf Accounts hast du was verkauft? und anstatt Sven setzen wir dann immer ein hübsches Mädchen davor Sven redet uns das Mädchen und redet einfach den Mund aber ich bin doch ein hübsches Mädchen du hast keine Brüste verdammt ich hab keine Brüste also Leute ihr wisst wenn ihr berühmt werden wollt im Internet und ihr seid männlich Fox verkauft was Gute Investition Brüste kauft euch Brüste das klingt irgendwie lustig kauft euch jetzt Brüste das ist so wie die Werbung im dritten Ausbildungsjahr kommt bestimmt gut bei den Eltern in der Elternstunde ja Twitch please so das war schon der zweite Tag oh das ist doof oh ich hab ja was verkauft nevermind so du hast doch was verkauft du hast doch Käse und Mayonnaise verkauft naja gut naja gut aber dann hab ich mal eine Batterie verkauft das ist gut für die Sammlungen so dann würde ich nur sagen das war es doch schon wieder für heute tschüss wir sehen uns dann morgen wieder tschüss 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 hallo tschüss tschüss tschüss